Nach ihrer Ankunft am Ufer der nebelverhangenen Insel erfahren Halbgar, Jota und der Rest der Freunde aus dem hohen Norden den Grund ihrer langen Reise. Es heißt, dass der Regent des Inselreichs, König Robe VIII., einer schweren Krankheit erlegen sei. Denen, die dem König die rettende Arznei bringen, soll als Dank sein gesamter Reichtum winken. Zu ihrer Verwunderung müssen die Reisenden jedoch feststellen, dass der einst so prachtvolle Thronsaal verlassen und in Trümmern liegt. Ihnen stellt sich die Frage, welch unheilsames Schicksal dem Inselreich Ferne und dessen Einwohnern widerfahren sein mag. Die Raureif Saga Eine Hörspielreihe zur Zeit der alten Wikinger Wenn ihr erfahren möchtet, wie die Reise für unsere Freunde weitergeht, dann unterstützt gerne unsere Crowdfunding-Kampagne zu Die Raureif Saga Folge 2 – Das Vermächtnis des Königs auf startnext.com. Weitere Infos findet ihr auf www.raureif-saga.com und auf Facebook, Twitter und Instagram. Lasst uns gemeinsam ein fantastisches Abenteuer fortführen. www.raureif-saga.com